Was und wie, wenn ohne Gott? Auf die Frage der Abwesenheit Gottes gibt es wahrscheinlich nur Teilantworten. Ich freue mich auf einen Kongress, der eigentlich in Dresden stattfinden sollte und jetzt von Sachsen aus in die Welt strahlt. Wir laden zu diesem Kongress ein, weil es uns wichtig ist, einen Lern- und Hörern zu schaffen, um mit anderen uns der Bedeutung unseres Glaubens und der Zuversicht daraus auf den Grund zu gehen. Sie sind Gott nicht los und sie sind auch nicht gottlos. Deswegen möchten wir in diesem Lernraum verschiedene Impulse und Anstöße unserer Zeit aufnehmen. Ich freue mich auf das Fragen für Sinnsucher, für Wissensgeber, für alle, die miteinander diskutieren wollten, welche Rolle Gott heute in der Welt spielen kann und ob er überhaupt noch eine Rolle hat.